Johann Friedrich Castelli, St. Martin, eine Legende. St. Martin mit viel Rittersblut wohl übers Feld zum Jagen reiht. Und als sie kamen an einen Haag, ein nackter Mann an der Straße lag, dem klapperten vor Frost die Zähne. Und an der Wimper fror ihm die Träne. Er rang die Hände und bat mit Beben, sie möchten ihm ein Almosen geben. Und alle die Ritter zogen für Bas, dem nackten Armen gab keiner was. Sie wendeten von ihm das Angesicht, die Jammergestalt zu schauen nicht. Der Martin aber sein Ross hielt an. Von mir, du Armer, sollst was han. Er nimmt das Schwert und also gleich haut er seinen Mantel, gesticket reich mit Gold und Silber, entzwei in Eil und gibt dem Nackten einen Teil, die andere Hälfte er selber behalt, und reitet den anderen nach in den Wald. Und wie den Martinus erblicket die Rott, überhäufen sie ihn mit Hohn und Spott. Da seht nun einmal den Narren an, teilt sein Kleid mit dem Bettelmann. Der halbe Mantel steht ihm gar schön, er kann damit zum Bankette gehen, damit ihn künftig mag jeder kennen. So wollen wir den halben Ritter ihn nennen. Sie lachten und witzelten noch gar viel. Martinus war all ihres Spottes Ziel. Doch wie der Abend zu dämmern beginnt, so wehrt ein kalter, schneidender Wind. Die Ritter hüllten sich alle fein in ihre großen Mäntel ein und wollten reiten sogleich von hinnen, doch konnten sie keinen Ausweg gewinnen. Nur immer tiefer kommen's in den Wald und pfiff der Wind noch einmal so kalt. Sie jammerten sehr und vermeinten schier, sie müssten vor Kälte heut sterben hier. Martinus nur mit dem halben Kleid empfindet's nicht, dass der Wind so schneit. Er lächelt über ihr Schnappern und Bangen und sitzt auf dem Ross mit glühenden Wangen. Und jetzt so ein rosenfarbiges Licht hervor aus der dunklen Wildnis bricht und unter die starrenden Tritt heran, Herr Christ, mit dem halben Kleid angetan, das jenem armen Martinus gegeben und um ihn herum seine Engelein schweben. Und Jesus sich zu Martinus wendet. Sie fielen all auf ihr Angesicht und Jesus verschwand. Doch des Glaubens Licht, es leuchtete über den heidnischen Haufen, sie ließen sich alle zu Christen taufen. Vielleicht hat Ihnen das gefallen. Wenn ja, klicken Sie gerne auf eine der beiden Playlisten am rechten Rand, dann können Sie noch mehr von mir hören. Oder Sie klicken auf den runden Button am unteren Bildschirmrand, dann abonnieren Sie meinen Kanal, falls Sie das noch nicht getan haben, um so keine Lesung mehr zu verpassen. Ich würde mich freuen. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal.